Schmidt, fast Johnny, Schmidt, jetzt probiert es Kevin Schmidt, abgefälscht und nicht alles Tor verschoben. Tor war verschoben, jetzt bin ich gespannt. Ja, hier geht zwar die Torsirene an, aber jetzt bin ich gespannt. Also alles andere als Videobeweis würde mich wundern, würde auch schon angezeigt. Und hier gucken wir nochmal rein. Jetzt gucken wir der Zweikampf da, Joey Kreusel, ich glaube es ist ein Bad Nauern, der das Tor verschiebt, Mick Köhler. So, jetzt sind die Regelexperten gefragt. Kein Tor, Videobeweis. Also, haben entschieden auf kein Tor. Manche Standorte, wenn wir mehr Kameras haben, kann das ja vielleicht auch gegen uns ausgelegt werden. Und es wird auch vorgegeben.